Was geht ab ihr geilen Klubschies? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege. Ich bin diesmal unterwegs in Ranked. Oh ja, es ist schon sehr gewagt, denn ich bin noch nicht allzu gut drin wieder. Aber, ähm, ich hielt es für nötig, da ich schon die ein oder andere Runde gespielt hatte jetzt. Auch, ähm, versuchte Aufnahmen, die ich leider nicht hochladen konnte, was daran lag, dass mein Team scheiße war. Dass die Leute einfach rausgehen. Ähm, das finde ich dann nicht so gut. Warum will er, äh, was? Warum wollen die jetzt jemanden rauswerfen? Alter, ich habe gerade darüber geredet, dass es scheiße ist, wenn die Leute einfach leften und jetzt wollen sie jemanden, was? Nein, ich will nicht. Ich will niemanden rauswerfen, warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Was hat er denn gemacht? So, ich bin gerade mal ein bisschen vorsichtiger. Denn ich kann mich daran erinnern, dass die Leute gerne rausgeschossen haben aus den Fenstern. Direkt am Anfang. So, ihr könnt auf jeden Fall mal schreiben, falls ihr das Spiel auch habt und mitzocken wollt. Ich denke, das würde sich sehr gut treffen. Ähm, das würde sehr gut passen. Das Spiel zusammenzuspielen. Alter, alter, alter! Holy shit, die Büchse, äh. Das kann man, denke ich, so sagen. Er hat mich schon gut eingeschenkt, aber ich glaube, ich habe ihn auch getroffen. Ich bin mir aber nicht sicher. Loin. Alles klar. Er hat direkt geplantet. Und ich habe direkt scheiße geschossen. Gut, geinjert habe ich ihn zumindest da. Äh, wo sind sie noch? Wo sind sie noch? Ich wurde übrigens darauf angesprochen, dass ich zu leise bin vom Mikro her. In Waymo 6 Siege war es das. Ich weiß nicht, ob du das Video hier auch guckst, der das geschrieben hat. Unser guter Kumpel in, äh, 7 days to die, der für unser Überleben zuständig ist. Äh, ich hoffe, dass das jetzt alles gut passt von der Lautstärke her. Dass ich laut genug bin, mich vom Spiel abhebe, aber das Spiel auch nicht zu leise ist. Wenn es da noch Schwierigkeiten gibt, dann könnt ihr mir ja einfach mal Bescheid sagen. Und dann, äh, werde ich mich darum mal kümmern. Ich spiele mal mit, äh, wie hieß die nochmal? Hieß die Forst? Ja, Forst. Forst. Ähm, Bar. Er will unbedingt in die Bar und Cocktail-Lounge. Ich will aber ehrlich gesagt nicht sagen. Ich werde dafür da unten. Ich glaube, da sind wir sogar, ne? Ne, wir sind oben, alles klar. Danke für nichts, Team. Komm, komm, ach, komm, weißt du was? Dann lege ich den Shit einfach so hier hin. Ähm, mhm, mhm, mhm. Ich muss erst mal gucken, wo ich was hin soll. Scheiße, da wollte ich nicht durchziehen, weil sonst hätte der vielleicht Aua gekriegt. Mein Kollege. So, die habe ich. Wurde auch Zeit. So, hier mal eine Matte hin. Ich muss hier rein. Ich mache hier zu, keine Sorge, Jungs. So, ich möchte da hier vorne... Oh, moin. Möchte hier nämlich einmal eine Bambusmatte hin machen. Als Willkommensgeschenk, falls hier einer reinkommen will. Ähm, hier möchte ich aber ehrlich gesagt nicht bleiben in der Ecke. So. Da oben kommt momentan jedenfalls noch keiner. Warte mal, haben die unten was kaputt gemacht? Da haben die was kaputt gemacht. Einer ist auf dem Dach drauf, glaube ich. Ja. Komm. Ja, verpiss dich mal lieber. Oh, 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 er wirft Sachen, er wirft Sachen. So, wo ist er jetzt? Jawohl, den habe ich. Das war ein Headshot. Nice. Wo lassen die sich denn da wegsnacken? War jetzt dumme Frage. Da! Aber da muss ich einfach mal hin und regeln. Ja, Junge. Achso, okay. Er macht das mit seiner Pistole. Puh, okay. Geht ganz gut ab hier. Ich stelle hier mal kurz. Warte hin. Wer schießt da auf was? Nein, nein! Oh, fuck. Das war dumm. Aua. Ah, fuck. Ich muss meine Blutung stoppen. Wobei, soll ich zu den rein oder kommt der zu mir? Okay. Vorsicht, 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 Vorsicht. Links ist einer rein. Jawohl, Alter. Kill Nummer 3. Das Gegnerteam hat 3 Tote und ich habe bis jetzt 3 getötet. Ich würde mal sagen, es löft. Es löft, Alter. So, pass auf. Warum rennst du mir jetzt hinterher, du dämlicher Vollidiot? Okay, da sind... Nein! Oh, ich habe den überhaupt nicht gesehen. Ach, scheiße. Habe ich ihn zumindest nochmal getroffen gehabt? Ah, weiß ich nicht, ob ich ihn nochmal getroffen habe. Scheiße. Boah, den habe ich richtig schlecht gesehen. Aber hey. Drei Kills, zwei Assists. In der ersten Runde. Warte mal, wie kann ich zwei Assists haben und drei Kills? Warte mal, das stimmt... Was? Was? Wie kann ich zwei Assists haben? Wenn ich der Einzige bin, der Gegner getötet hat? Warte mal, was ist hier los? Wie... Wie... Was? Die ganze Anzeige stimmt nicht. Ich habe drei Kills, der nach mir hat zwei Kills. Und... War jetzt auch ein Kill? Leute, das ist die zweite Runde schon. Ne, das ist jetzt die dritte? Moment, bin ich verwirrt? Ach ja, stimmt. Wir haben doch auch schon verteidigt. Ach nee, wir haben doch gerade verteidigt. Ach nee, wir haben aber auch schon angegriffen. Ich bin ein bisschen verwirrt, merkt man gerade, glaube ich. Ähm, scheiße. Aber hier... Aber trotzdem war das eine gute Runde von mir. So. Jetzt geht's ja hier auch um was. Um gute Ränge. Und ich hoffe, dass ich mich jedenfalls nicht allzu schlecht einstufen werde. Ich meine... Das Grundwissen habe ich ja noch eigentlich. Es ist halt nur, ich muss von der Steuerung her und alles reinkommen. Ähm... Aber sonst... Wird das schon funktionieren, denke ich. Ich habe hier auch eine ganz gute Position. Wenn die mich hier nicht sehen, dann kann ich den Raum überblicken. Das ist, äh, ganz passabel. Hi. Okay, dann macht er so ein Kapkan-Ding ran. So eine... Trap. It's a trap. Äh, wo war hier nochmal die Kamera? Irgendwo waren hier doch Kameras. Ich möchte nicht gefilmt werden. Scheiße. Jetzt hätte ich Fuse gebrauchen können, um hier rein zu ballern. Ähm... Achso, die ist schon kaputt. Und er ist direkt in eine Mine reingegangt, Alter. Bist du ein Held? Warte mal. 15 Meter. Welcher Raum ist das hier? Alter, was machen die denn da? Okay, das ist... Was ist das für ein Raum? Ist das das Treppenhaus? Ah, nee. Ich weiß, welcher Raum das ist. So. Der Raum ist das nämlich. So, ich mach hier mal ein kleines Wegeschirn. Ah, fuck. Da bin ich zu nah rangefahren. Was macht denn mein Team da? Alter, was ist denn jetzt hochgegangen? Okay, äh, hier hat Party oder was? Alter, was macht der denn da? Gehen Sie mal bitte diskret rein. Jawohl, PAMP! So stellt er sich das, glaube ich, vor. Scheiße, da ist die ganze Zeit eine Kamera. Das war richtig dumm. Hm. So. Irgendwo rennt hier auch einer durch die Gegend. Okay, hier ist sicher. Ich nehm mal die Shotgun gerade. Wow, und er verblutet jetzt. Ernsthaft? Ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Was macht mein Team denn? Wow. Was mach ich denn? Ja, Enemy Detected Outside. Scheißegal, ey. Wo ist der? Da werde ich wahrscheinlich nicht mehr rankommen, ne? Ne. Ja, ganz ehrlich. Ihr spielt auch wie die letzten Vollidioten. Also, so schlecht spiel ich nicht. Und ich hab das Spiel lange nicht mehr gespielt. So, was ist denn hier passiert? Will mir das mal einer sagen. Okay, irgendwo wird wieder was vernagelt. Wollt ihr das Fenster hier nicht wieder zumachen? Kommt, hier ist das Fenster offen. Mach das doch mal zu. Scheiße, ich hab nicht mehr viel Zeit. Ja. Komm, 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 komm. Bitches. Ich bin Gott. Da wollen sie mich kicken, Alter. Das wird hart, ey. Oh, den, 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 der, 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 der defusen wollte, der, der das kaputt machen wollte, hab ich gekriegt. Aber das langt leider nicht. Ah, Mann, ey. Da hab ich das Ding echt noch online gekriegt. Ich dachte schon, was? Und da wollten die mich kicken. Ganz ehrlich, warum? Ja, ich hab die Zeit ein bisschen vercheckt, aber trotzdem, ich hab immer noch mehr geleistet als ihr. Oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hab ich die Bombe planten können. Und nicht so inkompetent wie ihr da, ey. Alter. Und wenn ich das nicht verteidigt kriege, das ist klar. Gegen vier Leute, oder was das waren. Also, ich spiel nicht schlecht, das kann man nicht sagen. Natürlich geht es besser, aber... Für meine Verhältnisse bin ich mehr als zufrieden. Und wenn ich mein Team angucke, Alter, wat? Ja, okay, wir sind jetzt hier. Dann mach mal dicht hier. Ich geh hoch, das Ding. Ja. Ich hoffe, dass mein Team diesmal mehr schafft. Äh, wo? Ich hör ihn. Scheiße! Mann, ich treff die Dinger nie. So. Wurde aber auch Zeit, dass ich den treffe, ganz ehrlich. Okay, da hat hier ne Booby-Trap hingemacht, aber... Alter, willst du das Ding hier mal platzieren, oder was? Danke! Du setzt da jetzt kein Schild hin. Da ist offen, Jungs. Jungs! Was macht ihr denn hier? Ich feuere einfach mal, um sicher zu gehen, dass da nichts ist. Okay, sieht bis hierhin sicher aus. Bis hierhin auch noch gut. Ich versuche jetzt mal irgendwie ein bisschen, die von hinten zu nudeln, die Gegner. Aber dafür muss ich gerade noch unten, merke ich. Alter, mein Team, ey. Es wird einfach so auseinandergefickt. Guck dir da rein, Alter! Oh, 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 oh! Alter, jawohl, da wollten sie mich aber auch haben. Holy shit, da wollten sie mich alle haben. Von vorne zwei, von da und links von ihm hier war auch noch einer. Und da gucke ich durch das Loch und er so, hallo! Ah, Mann. Fünf Kills habe ich und einer aus meinem Team ist raus und der Rest ist scheiße. Mann, was will ich da denn auch machen? So, ich nehme mal Fuse. Mal gucken, was ich diesmal schaffe. Also, so, 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 kernbehindert, ne? Geht doch nicht. Das ist ja schon die härteste Inkompetenz von meinem Team hier. Die ich von mir erwartet hätte vielleicht, weil ich das schon länger nicht mehr gespielt habe. Aber, es läuft eigentlich. Das finde ich ganz gut. Wenn man denn noch das gute Team hätte, dann wäre es natürlich der Obershit. So, da oben komme ich nicht rein, oder? Ne, schade. Nein, ich wollte doch gerade was kochen. So. Ich weiß leider nicht, was näher dran ist. Da habe ich die Kenntnis so noch nicht. Aber ich denke, dass ich mit meinen Spawn ganz gut dran bin. Ja, da rechts war das, ne? Also, da gibt es einen schlechteren Spawn. Ja, okay. Hast du mir gerade gesagt, dass du ein ganzes Magazin gebraucht hast? Wolltest du mir gerade sagen, dass du ein ganzes Magazin dafür gebraucht hast? Alter Vater, ey. Manchmal denke ich mir echt, was ist los mit meinem Team? Hi! Okay, da ist nichts. Da ist eine Falle. Da ist auch so ein... Okay, bis hierhin kommt man durch. Jawohl! So nämlich! Passt auf, passt auf. Mach das Ding kaputt. Kletter hier rein. Mach das Ding kaputt. Plente hier jetzt den Diffuser. Scheiße, ich wurde gespottet. Der Diffuser ist online und aktiv. So. Huh! Und jetzt einfach nur schön verstecken hier. So, komm. Ihr werdet jetzt nämlich schön alle ankommen. Und dann kriegt ihr hier schöne Cluster Charges rein. Was teiltet ihr davon? So, auf jeden Fall habe ich da drin ordentlich was zerstört. Das kannst du vergessen, du Sack. Nein! Jawohl, Alter! Rasiert habe ich sie. Guckt sie euch an, Alter. Wie ich sie auseinander gevögelt habe. Alter! Oder drei. Oder drei. Irgendwas davon. Aber ich habe auch die Bombe geplantet und ordentlich was zerstört. Ich habe richtig gut gespielt. Und das Gegnerteam war ziemlich scheiße. Zumindest hat es ein paar Fehler begangen. Und zwar den einen Raum da komplett ungedeckt gelassen. Äh, komm. Ich spiele mal mit Bandit. Ich habe mal wieder Bock auf den. Ein bisschen Sachen unter Strom setzen. Nein, da will ich nicht, Alter. Das haben wir... Die haben wir da gerade so auseinander genudelt. Okay, wo sind wir? Okay, hier sind wir. Gut. So, Leute. Ihr müsst jetzt hier auch mal Sachen machen, ne? Scheiße. Ich hätte erst hier... Ja, das war dumm. Ich hätte erst zumachen müssen. Dann hier Barbwire und dann hier Elektroweier hin. Ja, gegrillt. So. Leute, was ist denn mit ihm passiert? Er hat einfach einen Abgang gemacht. Er hatte keine Lust mehr. So, ein Wire habe ich noch. Das mache ich hier hin. Mit Strom. Dann mache ich hier noch dicht. Zack. Was machst du da, Alter? Lass mal die schöne Einrichtung hier stehen. Okay. Oh, da war wirklich einer. Oh, einer hat Valkyrie von uns. So sehen die Valkyrie-Kameras aus. Nicht schlecht. Alter, es geht schon hart ab irgendwo. Da liegt schon der Erste von uns. Kommst du da nicht raus aus der Ecke? Das ist natürlich scheiße. Oh, oh. Aua. Nein. Nein. Ach, komm. Hat er mich da echt noch getroffen? Ah, fuck. Er hat einfach durch die Wand geschossen. Ah, Mann. Guckt ihn euch an, Alter. Wie spielt der denn auch? Oh, Feuer. Heiß. Noll. Er hat sein Team Kameral verbrannt, ey. Voll geil. Äh, ja, wohl, ey. Das sind die Tactics. Wie wirst du mal mit vorgehen und jemanden wegholen? Oh, die haben rechtse geplantet. Oh, shit. Tot. Ah, verloren. Was ein Scheiß, ey. Mann, dabei habe ich ganz gut gespielt. 9-2-4. Schade. Also, wäre das Team ein bisschen besser gewesen, dann hätte ich da auch vielleicht sogar den ersten Sieg reinholen können. Direkt im ersten Match. Wie eine dicke Oma, ey. So, die habe ich beide erfüllt. Jawohl, da gab es gut Cash. Ja, 9 Spiele muss ich noch machen, dann bin ich gerankt. Hier, Bronze, Bronze. Da war sogar ein Silber. Ich war besser als deren Silber. Von den Kills her. So, aber ich würde sagen, ich beende hier das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr mitspielen wollt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss. 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 Vielen Dank.